so ja hallo zum zum neuen part resident evil 4 und wobei moment moment das ist falsch spielen dann ist es das ja ok noch mal spieler ja willkommen zum neuen part resident evil 4 sieht schon besser ich schaff das schon es ließ wichtiger wissen wir was zu tun ist dann kommst an scho panzer retten wir prinzessin durch die näher du tust ja bloß weh das war meine lanze ok ist gut ich komme ja deine lanze was ist da für dich drin kein grund misstrauisch zu sein ich will einfach bloß helfen ok dann helf mal los so haben wir hier irgendwo was ich hätte auch irgendwo ich hätte auch hier was sind das ratten hier ist eine leiter was sind das schießstand hallo händler super fläche lang hm schaue ich mal kurz hin äh so 11 oktober heute war der schlimmste tag meines lebens meine tochter wird fünf und was mache ich ich sitze in einem boot auf dem weg zum ost der welt wat wenn die bezahlung nicht zu gut wäre werde ich sich garantiert keine freiwillig dazu bereit erklären zum arbeiten in die pampa zu fahren boot gibt es mit auf dem see die in der burg ermahnen uns ständig bei der ausgrabung besonders vorsichtig zu sein äh hä was für ein boot ok warte morgen 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 kopf arbeitet nicht seit morgen kopf arbeitet nicht wat höre stimme ok ok das ist irgendwie keine ahnung hier kann ich speichern hier ist eine kiste oh äh oh mein ich hab doch hier ja so ich brauche platz äh geld äh hey chef wo bist du ich hab neue wahre auflage haha komm wirf einen blick drauf hast du einen koffer willkommen ich hab was neues für dich ich hätte gerne einen größeren koffer hast du nicht schade du wirst deine investition nicht bereuen hm hm wäre das dann alles ich schau mal ob ich was für dich hab nö im grab bringt dir dein ganzer krempel wenig äh 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 ich mach mal die neue pistole hier ah dafür lass ich einiges springen ein absolutes musterbeispiel einer waffe fremder vielleicht nicht die beste aber definitiv eine ideale begleiterin ist habe ich noch platt äh moment hab ich wo ist denn das laser ding warum probierst du nicht meine neue waffe aus fremder du könntest ihr das leben retten ok das kann ich jetzt nicht hier machen was angenehme reise moment moment wo ist das laser ding geht das nicht bei der pistole moment das geht echt nicht äh ja dann machen wir hier schnell zugriff hierhin hab ich schon ähm ich brauch platz kann ich was herstellen Pistolenmoni äh ha 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 moment halbautomatisches gewehr ja voller oder mal das ist gewähr hat es dieselbe muni ne hat es nicht achso das ist ja keine wo ist es denn der üben ist es ne er hat nicht dieselbe muni okay ist ne andere waffe oder ähm so nochmal nach okay ich hab nichts mehr zum nachladen ähm Moment kann ich denn aber ich hätte gerne einen größeren Koffer oh Luis geht mit okay Krippwunsch ich hab eine neue Schussimmung für dich vorbereitet wird dir bestimmt gefallen da geht los manche der Scheiben sind nicht aus Pappe wenn du so willst da ist es mit einem Schuss allein nicht getan okay mit der Red und mit der Pune probieren Drei zwei eins lebe los Gott du bist ein Künstlerpaktor nein nein okay mit der Red ist schwierig äh 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 oi sehr schön B B ein das ist ziemlich gut Danke, Chef. Schauen wir mal, das hier. So, der Punisher. Okay. Was ist das denn? Nein. Hallo? Nein. Nein. Auch B. Ja, dann haben wir auch noch eins. Maschinenpistole. Hey. Was ist denn? Was ist denn? Habe ich vor. Hallo. Hallo. Jetzt trefft halt den Lump. Shit. Habe ich nicht vor. Wieder B. Okay, dreimal B. Aber das heißt, ich habe drei so Dinger. Hallo? Okay. Eins, zwei, drei. Was bekommen wir schönes? Selten. Rohstoffe sind 40. Oh, oh. Oh. Hat sich er gelohnt. Hat sich er gelohnt, obwohl es noch B war. Ja, wo ist die Schreibmaschine? Da. Koffer anpassen. So, was haben wir denn da jetzt? Den hier. Äh, was habe ich denn hier? Herstellerbonus? MB-Money? Pistolen-Money? Geschwindigkeit beim Rennen. Äh, das ist Pistole, das ist... Das machen wir mal... Rechts. So. Und speichern wir. Aufbewahrung. Okay, ich habe hier die Red. Solange die Magnum leer ist, ich bin kurz aufbewahren. Weil ich wenig blasse, wie bewahre ich die auf? Hey. Achso. Ähm, keiner was aufbewahren, wo ich im Moment... Ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz wieder... Wo ich dich so hin schön sortiert, ist das hier nicht. Ja, so. So. Dann... Louis, wo geht's hin? Leiter, oder? Ist ja noch was. Nö. Nö. Soll ich ja doch raten? Sind die oben? Okay, die sind bestimmt oben. Dann, Louis, komm mit. Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Um die Worte, um dir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Gut. Dann... Macht das mal Louis und ich schau mal, wie ich was herstellen kann. Gewehr... Bolzen. Ah, schwere Kahn, hatte was Kahn, die schwere Kahn, ne? Oh, okay. Hm, Bolzen. So, dann schauen wir mal. Ich höre doch hier eine Ratte. Ach, Fledermäuse sind... Toll. Das sind Fledermäuse. Äh... Ist das Dynamit? Ist das hier Dynamit? Was ist das denn? Seltsamer Quali... Ne. Hä? Was müssen wir noch machen? Hab ich nicht. Das kann ich hier nicht benutzen, oder? Ne. Hey, seit wann ist das hier ne Sackgasse? Da ging's eigentlich zum Ausgang. Ja. Scheint nicht mehr so zu sein. Da liegt Dynamit, aber ich trau mich nicht drauf zu schießen. Oder? Moment. Da ist man ausrufe... Moment, ausrufezüge. Sprengzone. Los, gehen wir weg. Moment. Mit der Pistole machen wir das, aber... Moment, ich höre was. Los, ich höre was. Wo ist denn jetzt das Dynamit? Hier, hier liegt eins. Geh mal weg. Funktioniert das? Nö, okay. Ich kann nicht das Dynamit benutzen. Da ist jemand. M. Was steht da oben? M. M und S. Luis, bleib hinter mir. Als ob. Ja, das... Das war nix, Kumpel. Das schon. Bist du das, Luis? Ja. Ich weiß nicht, auf was du schießt, aber schieß mal weiter. Der hat der Dynamit in der Hand. Ähm, Luis, wo muss man hin? Kann man da hoch? Kann man nicht? Ähm, Moment, wo geht's denn weiter? Okay, hier kann ich runter. Aber ich kann nicht hier hoch. Luis, komm mit... Luis, stell dich nicht vor mich. Der sieht mich nicht vorne, okay. Da oben auch einer? Ich glaube, könnte sein. Was? Der... Wo, 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 wo? Wer? Wo ist einer mit Kettensäge? Dein Einsatz! schlecht 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 sehr schlecht ist ja gerade meine heilung ist weg da unten ist ja ja louis so viel ja louis sehr gut das ist sehr hektisch hier gerade ja louis schießt louis weg da ist noch eine da ist noch so einer louis ja ja abhauen habe ich vorher habe ich vor louis helfen wir mal ja ja ich sollte mir alles gar nicht hier als ob was hält die blöde kettensägen tante da aus drehen wir nicht durch hier lauf ja louis ja ich hab's verstanden ja louis ich hab gerade andere probleme wo ist er denn hast du erledigt hast du nicht oder hörst du doch wo sie sind es gefällt mir nicht louis louis wo ist sie ich höre sie doch ist sie tot hast du dir erledigt hast du dir erledigt was ist das was höre ich da ich weiß nicht was ich dir höre aber es gefällt mir gar nicht oder schnaufst du so louis ist das da liegt sie boah gezer dank was schnaufst du da die ganze zeit so liegt ja nicht irgendwo was gelegend oben moment 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 erstmals herstellen das hier und dann stellen wir mal noch hier und dann stellen wir mal noch gar nichts her ok sortieren du siehst du ja noch irgendwo was rumliegen liegt da noch was bolzen moment wo ist der bolzen da hinten wo denn ist auch noch ein schatz wo komme ich da hin ich glaube so komme ich von hier nicht hin hier kann ich aber noch ein moment hier ist aber auch nichts laden wir alles nach laden wir alles nach ok ich habe alles nachgeladen es ist ich glaube hier mal hoch luis kommt und hier geht es geht es hier weiter da hole ich mir erst den schatz ich weiß nicht ob es hier weiter geht da oben war noch ein schatz j奶m heißt ich weiß nicht auch nicht hier kann man nicht weiter also müssen wir durch die andere tür oder kann ich hier das ding machen mir kann ich nicht nur müssen wir sind durch ich hätte die lampe runde schießen können okay kann ich damit das herstellen auch nicht okay hier ist der du es kommt was höre ich das schwitter patolump louis wo bist du und ich braucht ich habe keinen blind kann hatten ok luys kümmer dich mal um die sehr gut kommen die kommen den anderen sehr gut soweim müssen wir hin hier ist noch ein schatz das ist wenig moment aha okay du bist normal du bist hinter dir louis du bist redig um wo ist der schatz da vorne wo ist schon mal hier rein bitte da jemand kommt ich habe mir den schatz goldene sanduhr ok 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 luiz 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 sicher stimmen du ist hinter dir moment was ist m4 m4 ach du schande ach du schande stockwerke gibt nur okay kann hier runter louis was er kommt nicht her okay wieso kommen der nette ok luiz wir müssen hier durch aus der letzte die musik wird ruhig das ist gut hier ist dynamit ich kann es doch mitnehmen ok nicht schlecht mein freund macht kurzen prozess mit der sackgasse so was ist das was so ich kann immer noch nichts herstellen louis ist ja was ok und wir müssen zurück ich weiß nicht genau hier ob ich glaube so oder oder ich traue das sache nicht da ist doch bestimmt jemand oder wenn ich jetzt zurücklauf was das denn bekannt machen sprengstoff lagerung das dynamit wurde im lagerraum im vierfall lagern ernsthaft das habe ich gerade geholt äh hinweis zum umgang der sprengstoffe einstürze sind an der tagesordnung haltet ausreichend abstand zum explosionsbereich ach sie sollte es zu einem unglück kommen räumt sofort auf ok sagt dafür dass immer ausreichend arbeiter vor ort sind ok ob ich müsste damit ach so das ist das keine waffe wo ich werfen kann ok wie funktioniert das kannst du einfach hier reinlegen ach so wo es muss was 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 hab macht es schon etwas passiert ja watt ok louis wie das mit ein bisschen vorwarnung dass die fels noch nicht zu rollen ok ok und bin ich denn jetzt bin ich bitte hier grünes kraut ok louis aber jetzt ist damit habe ich das jetzt schon oder liegt es jetzt hier noch ich sehe es nicht ich glaube ich habe es ich hoffe es so muss das schild noch was steht hier nix ja gerade steht was so nehmen wir den zettel noch mal mit m4 ja da war ich gerade so ok warte louis louis warte wo kann ich denn hin ok ich glaube einfach so weit weg wie es geht los lauf 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 schneller lauf schneller lauf schneller lauf schneller lauf schneller lauf schneller So, ich bin weit genug, oder? Dann komme ich da vorbei. Ich hoffe, ich komme vorbei. Ja. Okay. Äh, Louis, wohnt man hin? Okay, wir müssen da rindern, also ruhig erst die Dinger da. Ähm. Louis, komm mit. Was ist das denn? Nach Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Oh, schon wird dein Riese. Ist es der von der Burg? Es wird fixed, Louis. Ernsthaft? Zwei? Ernsthaft spiel. Ja, genau. Ja, wow, das ist ja sehr beruhigend. Ja, dann mach mal Louis. Ich hole mal ein bisschen Zeug. Louis, kann man die Ruhe was dass jedem kalt auch was machen Oh, okay. Come here, Comble. Come here, Comble. Come here, Comble. Er hat sich bewegt. Hab ich Blendgranaten? Hab keine Blendgranaten. Okay, okay, okay. Was mach ich jetzt? Moment. Hey, Comble. So nicht, Comble. Das wird ziemlich hell. Shit, keine Chance bei der Lust. Du Lump. Das wollte ich sehen. Hätte ich denn ein bisschen weiter üben stehen können? Können noch eine machen? No. Was? Ja, das ist... Junge, Junge, verschwinde von mir. Luis, ich habe ein kleines Problem. Ich habe da so ein Anhängsel hinter mir. Leon! Leon! Hier drüben! Hier drüben! Ähm. Lieferung! Ich habe ein kleines Geschenk für dich mitgebracht. Leon, schieß drauf! Ja. Ja. Einfacher gesagt, wie getan. Luis, lenkt noch mal ab. Sehr schön. Genau wie geplant. Alles klar, geben wir ihm den Rest. Oh, ey! Boah ey! Boah ey! Ich glaube hier können wir durch! Ja, schön. Oh, liegt hier noch irgendwas rum? Pistolenmoni. Schießpulver. Und? Handkana. Ernsthaft? Okay, Moment. Ich habe Schießpulver gefunden. Was kann ich herstellen? Ich kann wieder eine Blend-Kanade machen. Oder das. Hm. Ich weiß nicht, was da oben passiert. Sicherheitshalber. So, dann kann ich noch was herstellen. Nö. Okay, Louis. Ich lad mal schnell die Sachen nach. Ich muss kurz auf mich warten. Okay, ich komm. Na, Louis. Wie sieht's aus? Louis? Machst du die Tür auf? Äh, und wo? Ach da. Dankeschön. Ja. Die färgenden Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für Sie heiliger Boden. Hier unten haben Sie Last Plakers entdeckt. Eingeschlossene uralte Bernstein-Vorkommen. Na klar, was auch sonst. Okay. Bernstein. Äh, da liegt hier noch irgendwo was. Schmelzofen. Okay, ich muss doch. Louis, wir müssen nach oben. Wo ist jetzt die Treppe? Hier. Komm mit. Kraut. Moment, Kraut. Louis, komm mit. Hey, war mir der nicht grad schon? Ah, nee. Oder? Nee. Sieht nur genau so aus. Ist hier irgendwo was? Eine Schreibmaschine. Speichern. Koffer anpassen. Und, achso. Pistolen-Muni? Rohstoffe. Äh, Aufbewahrung. Da hab ich die Magnum drin und das Ding. Okay, nee. Passt. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Bitte was? Nee. Bloß nicht. Du musst hier hin. Was war denn mit? Mit dem Ding? Okay. Hey, hey. Nervenkitzel? Uiuiui. Achterbahn. Wir entgleisen. Gegen ihn. Bitte was? Hey, wir kippen zur Seite. Ja, das wird ja lustig. Scheiße, das Ding scheiße. Unternimm was gegen diese Bretter. Ja, was denn? Hey, äckst du mir das Platz? Wenn nicht, sind wir matt. Ähm. Ähm. Was? Na, das wird ja wahnsinnig toll. Weichen. Sie können die Route, indem sie auf die Weichen schießen. Okay, na, das wird ja... Ja, 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 Luis. Mach mal keine Panik. Scheiße, das Ding wird kippen. Ja, ja. Mach mal keine Panik. Unternimm was gegen diese Bretter. Hey, äckst du das Platz? Wenn nicht, sind wir matt. Das wird ja lustig. Ja, ja, ich... Das wird ja wahnsinnig. Das war knapp. Ja, keine Ahnung. Sehe ich das wissen? Ja, ja, Luis. Ja, Luis, ich... Beruhige dich. Ja, beruhige dich. Ähm. Sieht nicht gut aus. Ich hoffe, die Lore hält. Ich habe keine Ahnung, ob die Lore hält. Das wird ja lustig. Uiui. Uiui. Nein, 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 beruhige dich. Boah. Okay, wir haben... ...anscheinlich. Ernsthaft. Wie, jetzt geht es erst von mir nochmal Achterbahn? Kann ich jetzt zurücklaufen eigentlich? Nö. Boah, die Musik gefällt mir gar nicht. Luis, die Musik gefällt mir gar nicht. Und die Geräusche auch nicht. Ist das eine Kettensäge? Kann ich hier speichern? Nee, das ist... Nee. Ich weiß, was das ist. Ja, beruhige dich, ich höre dieses Puppen-Ding. Luis! Das ist doch irgendwann ein Wackelkopf. Ich höre doch eindeutig dieses... ...dieses Wackelkopf-Ding, Schatz. Das ist aber nett, oder? Wo ist der? Luis! Wo ist der Wackelkopf? Nein. 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 Ich finde ihn ja nett. Hey! Wo ist dieser Wackelkopf? Wo ist dieser Wackelkopf auf! Ich bin ja kein Typen, und ferm refresh Clefkopf! leva hatte einen Typen in sein! Noo, mein Klefkopf! Daher war nichts. Wo war gerade den Shu? Gar nicht? OhT-ang! Wo ist dieser Wackelkopf? ich finde louis ich finde nicht findest du ihn dann folgen wir mal diesen furchtbaren hier muss auch sein bisschen im haus dort oben karte hoch kommt das raus gehüpft oder so die geräusche gefallen mir überhaupt nicht und die musik auch nicht Louis komm mit Louis geh weg sehr gut das nimmt kein ende Louis vorsicht oh Louis irgendwo den ist ein dynamit typ der muss weg wo ist denn der wo ist der Wackelkopf ich höre nicht so wieder weinkanne moment 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 oh 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 rotes Kraut Gewehr Munition Also das bist du nochmal Lohrenfahrt Okay, Louis, ich glaube die Lohrenfahrt dauert länger wie drei Minuten, oder? Das machen wir in der nächsten Folge Also Louis, wir fahren gleich wieder Lohre Aber erst im nächsten Part Ciao